Try and Hire, ausprobieren und einstellen lassen. Ist eine komfortable Lösung, eine mögliche Stelle zuerst zu prüfen. Alles zu beobachten, sein Bestes zu geben und dann nach drei Monaten entscheiden, ob einem die Stelle gefällt und dass der Arbeitgeber einen fest übernimmt. Probiere Sie doch mit uns die Varianten aus, sich am Arbeitsplatz gegenseitig besser kennenzulernen.